Die chinesische Nachtigall Es ist schon lange, sehr lange her, da lebte in der Provinz Kukukoto, hoch oben auf dem Mülliberg, hinter den verödeten Mauern des Schlosses Hall, eingesperrt und bewacht von einer bösen Tante, die kleine, zierliche Prinzessin Tandaradai. Diese Tante, mit Namen Fifi-Jal, alt und welk wie die pargamentenen Blätter uralter Folianten, mißgönnte der Nichte ihre Schönheit und Jugend. Neiderfüllt schmiedete sie in ihrer Bosheit immer neue Ränke, um dem schönen Mädchen ihr Recht am Leben und an der Welt vorzuenthalten. Das war eine unerträgliche Qual. Blaß und mit verweinten Augenlidern saß die Prinzessin Tag und Nacht in den Nischen der vergitterten Fensterhöhlen und schaute sehnsuchtsvoll über die weiten Wälder in das Land. Ihre Peinigerin aber stand ständig daneben und verfolgte ihr Tun und Treiben mit den unsteten Blicken einer Eule. Selbst wenn das arme Mädchen am Fenster eingeschlafen war, wich die Tante nicht von ihrer Seite. Die falsche Wächterin der Tugend wachte unentwegt und schlief nie. So gab es kein Entrinnen. Außerdem waren Tür und Tor verriegelt und die Mauern hoch. Das Schlimmste aber war, daß kein lebendes Wesen sich dem Schlosse nähern konnte. Draußen vor dem Mülliberg lag ein grausiges Ungeheuer, ein riesiger Drache, der Schwefel und Feuerspie. Von seiner hohen Warte aus erspähte er mit seinen Stachelumsäumten Schlangenaugen im Umkreis von einer Meile jedes Stück wild. Das kleinste Kaninchen konnte sich seinen Blicken nicht entziehen, geschweige denn ein Jüngling oder Rittersmann, der es wagen sollte, sich der Feste zu nähern, um Prinzessin Tandaradei zu sehen oder gar zu entführen. Gefüttert mit den besten Leckerbissen, mit Kosenamen belegt, war dieser gefährliche Drache ein Verbündeter der Tante. Er war ihr zugetan wie ein Schoßhündchen und gehorchte ihr auf den Wink. Prinzessin Tandaradei aber gab die Hoffnung nicht auf. Sie besaß eine treue Seele, eine ergebene Dienerin, das war die Nachtigall. Von dieser Nachtigall erhoffte sie ihre Befreiung. Die schöne Gefangene trug heimlich auf der Brust einen fünffarbigen Edelstein, der aus dem Haupte des Drachens stammte und die Eigenschaft besaß, jedes gefiederte Tier, das in seiner Nähe weilte, unsichtbar zu machen. Dank dieses Zaubersteines konnte die Prinzessin den Vogel vor den Blicken der Tante verbergen. Dieser lebte in den weiten Falten ihres kostbaren Indigo-Mantels, der reich mit Gold geschmückt und mit den seltensten Fällen der chinesischen Feuermaus verbrämt war. In jedem Jahre einmal, und zwar im Hochsommer, wenn die Rauhrosen blühten, schwang sich die Nachtigall, die geflügelte Dienerin, hinaus zum Schlosse, um von dem Herzeleid und der Sehnsucht ihrer jungen Herrin zu singen. Doch bisher waren ihre Klagelieder in alle Winde verheilt. Wieder war es Hochsommer geworden. Wieder flog die Sendbotin der gefangenen Prinzessin hinaus, dieses Mal aber in eine den sonstigen Ausflügen entgegengesetzte Richtung. Nach einigen Tagen gelangte sie weit entfernt von der Provinz Kukukoto in einen ausgedehnten Park, suchte sich ein lauschiges Plätzchen und wartete, bis der Mond aufging. Hier in diesem Park, in Chinas altehrwürdiger Romantik, lebte auf seinem Sommersitz ein reicher Mandarin namens Chin Chin. Ein bequemer Herr, ein Feinschmecker und Witwer dazu. Mit seinem blanken Pausbäckchen und seinem runden Bäuchlein sah er der Pagode des großen Tempels Montoro nicht ganz unähnlich. Der Mond zog auf. Nun sang die Nachtigall, »Tiu, tiu, 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 tanda radei!« Ihr Lied drang durch die Nacht, durch die schlafende Sommerherrlichkeit des Mandarinengartens, drang in die offenen Gemächer des Hauses, bis in die Ohren des dicken Chin Chin, der nicht schlafen konnte und Langeweile hatte. Chin Chin zog die Augenbrauen hoch, spitzte die Lippen und pfiff, »Tiu, tiu, tiu!« und trippelte mit erhobenen Zeigefingern hinaus in den Garten. Heute sang die Nachtigall herzzerreißend, es schmetterte und schluchzte, es jauchzte und klagte, wie die unüberwindliche Sehnsucht eines Mädchenherzens. Das gefiel dem dicken Chin Chin besonders gut. Er wünschte sich schon lange eine kleine, zierliche Frau, die nach ihm so sehnsüchtig schmachtete, wie das Lied dieser Nachtigall. Um besser hören zu können, stellte sich der Mandarin auf die Zehen. Wie erschrak aber der Lauscher, als sich das Tirelieren der Nachtigall plötzlich in ein menschliches Singen verwandelte. Eine helle Mädchenstimme sang von ihrem Leid. »O, rette mich aus meiner Pein, ich bin ein schönes Mägdelein, Tandaradei. Bin eingeschlossen Tag und Nacht, Herr Drachenbart hält mich bewacht, Tandaradei. Am Mülliberg im Schlosse Hall quält mich die Tante Fifi-Chall, Tandaradei. Er schlag den Drachen, führ mich heim, dann will ich gern die Deine sein, Tandaradei.« So ein wunderliches Abenteuer hatte Chin Chin sich immer erträumt, ein Königs- oder Fürstenkind von einem Drachen zu befreien, einen Zauberband zu brechen und sich einer kleinen, zierlichen Frau als Befreier und Held anbetungswürdig zu machen. Ein nie geahnter Mut beseelte ihn. Er eilte in das Haus zurück und befahl seiner Dienerschaft, ihm in aller Stille bei den Vorbereitungen zu helfen. Seine Vorsicht war in der Befürchtung begründet, sein Neffe, der bei ihm zu Besuch weilte und den Seitenflügel seiner Residenz bewohnte, könne von dem Plan seiner freier Fahrt erfahren. O Okasi, so hieß der Neffe, war schlank und stark, eisernen Keulen gleich, und diente als Offizier im kaiserlichen Schwerterregiment zu Peking. Ein hohes Maultier wurde gesattelt, der Mandarin putzte eigenhändig sein Schwert, zog eine goldene Rüstung an und machte sich noch in der Nacht und ohne Begleitung auf zum Mülliberg. Es wurde eine beschwerliche Reise. Viel Ungemach Großes und Kleines hatte Chin Chin zu erdulden. Wilde Hunde, tückische Fasane, mächtige Schwärme von Waldvögeln sowie große Sonnenspinnen mit ihren Weben kreuzten seinen Weg und versuchten, den geharnischten Ritter an seinem Vorhaben zu hindern. Mut und Rüstung hatten schon erheblich gelitten, als sich der Mandarin entschloß, umzukehren. Auf seinem Rückzug geriet er in einen dichten Wald, in dem ein furchtbarer Spektakel herrschte, den rundherum die Echos der Berge wie aus brausenden Schleusen zurückwarfen. Fast seiner Sinne beraubt, erkannte Chin Chin bald die Ursache, der ganze Wald wimmelte. Die nördlichen Wollaffen hatten den Bibijooten, einem Stamme der Blauseidenmeerkätzchen, den Krieg erklärt und zogen in unabsehbaren Massen in den Kronen der Bäume gegeneinander, bewaffnet mit Wurfgeschossen, Steinen und Knütteln. Um im Dickicht des Waldes einen Weg zu haben, trabte Chin Chin Chin's Reittier im Bett eines reißenden Sturzbaches, der mit der dazugehörigen Waldlichtung die feindlichen Heere voneinander trennte. Als die kampflustigen Affen und Meerkatzen des sonderbaren Reiters ansichtig wurden, vergaßen sie ihren gegenseitigen Haß und schleuderten wie auf Kommando ihre Geschosse auf den goldflimmernden Mandarin und seinen Maulesel. Der Maulesel wurde wild und raste im Galopp davon. Diesem Umstand allein hatte Chin Chin seine Rettung zu verdanken. Da der Maulesel in seinem Schrecken umgekehrt war, kam der entmutigte Freiers Mann unversehens zu seinem Ziele. Die Grenze der Provinz Kukukoto war überschritten, und als der Tag sich neigte, sah Chin Chin durch mächtige Fichtenstämme hindurch das Schloss Hall in der Abendsonne leuchten. Aber auch der Drache hatte ihn gesehen und stürzte sich in den Wald ihm entgegen. Der dicke Mandarin hatte wohl an ein schönes Mädchen geglaubt, aber nie so recht an einen Drachen. Er ließ vor Schreck sein Schwert fallen, warf sich zur Erde, rang die Hände und flehte alle chinesischen Götter um Beistand an. Der Hagel- und Feuergott kam dem armen Chin Chin zu Hilfe. Ein furchtbarer Taifun wetterte los, zerbrach die mächtigen Fichtenstämme wie Zündhölzer, warf sie durcheinander und erschlug so den Drachen. Erlöst atmete Chin Chin auf und war bald wieder voller Mut. Seine Sehnsucht nach der Prinzessin Tandaradei wurde stärker denn je. Der Mandarin tauchte sein Schwert in Drachenblut und kletterte geräuschvoll klappernd auf das Schloss. Hierdurch stürmte er, fiebernd nach dem Antlitz des schönen Mädchens die Gemächer. »Tandaradei! Tandaradei! Dein Befreier kommt!« Aber das Schloss blieb still und leer. Oh, Enttäuschung! Alle Liebesmüh, alle Herzensangst war also vergeblich gewesen. Plötzlich fühlte er sich von hinten gestreichelt. Hochrot vor Freude drehte er sich um und öffnete die Arme, doch statt der schönen Tandaradei warf sich ihm die alte, häßliche Tante Fifi-Chall an sein pochendes Herz. Als er sie entrüstet von sich stieß, nahm sie eine drohende Haltung ein und sprach mit scharfer Zunge, »Ich habe dich im Verdacht an der Entführung meiner Nichte Tandaradei beteiligt zu sein. Ich habe dich ferner im Verdacht, meinen Drachenbart getötet zu haben. Zur Strafe werde ich dich, liebloses Wesen, zähmen, so wie ich den Drachen gezähmt habe.« Chin-Chin floh. Aber es half nichts. Die böse Tante heftete sich dem Entsetzten an die Fersen. Als der enttäuschte Mandarin in Begleitung der Tante daheim angekommen, fand er in seinem Garten eine feierliche Stimmung. Überall schaukelten bunte Laternen und erleuchtete Papierfische zum Zeichen der Freude. Und inmitten der Pracht stand sein Neffe O. Okasi, fest umschlungen von der zierlichen kleinen Tandaradei, die er sich vor seinem Onkel geholt hatte. Auch er hatte in der Nacht von seinem Lager aus das Klagelied der Nachtigall vernommen. Ohne zu säumen war er aufgesprungen, hatte sich beschwingten Fußes ohne Waffen auf den Weg gemacht und war in knapp fünfzehn Stunden am Fuße des Müllibergs. Den Drachen hatte er ruhig schlafen lassen, hatte den Berg von rückwärts erklommen und war mit allen möglichen Sprungkünsten der hohen Mauern des Schlosses Hall Herr geworden. Ein ganzes Eisengitter aus dem morschen Gebälk eines Fensterrahmens herauszureißen, war für den kühnen Jüngling ein leichtes gewesen. In dem Augenblick nun, in dem die böse Tante sich umdrehte, um zu niesen, hatte O. Okasi die zierliche Prinzessin aus dem offenen Fenster in die Freiheit gehoben. Hierauf war er stehenden Fußes umgekehrt. Die leichte Libellengestalt in seinen starken Armen tragend, war er darauf, ohne zu säumen, auf den Morgen, den Mittag und Abend Lobeshymnen singend in die Residenz seines Ohrheims zurückgeeilt und hatte alles zu einem Freudenfeste herrichten lassen. Prinzessin Tandaradai war schön wie eine Maiennacht mit Lotusblütenstaub, und sie lauschte mit ihrem Befreier entzückt dem Geschmetter der Nachtigall, der sie beide dieses große Glück zu verdanken hatten. In Erinnerung dieser Ereignisse verbot Tante Fificall ihrem dicken Chin-Chin, jemals wieder des Nachts in den Garten zu gehen, um eine Nachtigall singen zu hören. Herr Sperr, Koffer, 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 Vielen Dank.